Guten Batti, die Morningshow. Mann, das ging heute Morgen ab. Ich schmitz Katze, du. Ja, es ist dir von Herzen gegönnt. Von Herzen gegönnt. Und vor allen Dingen, ich meine, guck mal, wir müssen hier immer, ich zeig dir das mal ganz kurz. Wir müssen hier fettes Equipment aufstellen. Ja. So, hier ist alles was, was man braucht, wenn man Fernsehen macht. Du dagegen ziehst das zu Hause vor deiner wunderbaren DVD-Band einfach durch. Die total unaufgeräumt ist. Ja, aber mit Alf im Hintergrund. Menschen fragen sich zurecht, warum steht da A wie Alf, nicht links oben, sondern da irgendwo in der Mitte. Das ist einfach unkontrolliert. Aber gut, das ist deine Sache, wie du da rüberkommst. Gott sei Dank habe ich die ganzen Schmuddel-Filmchen weggetan. Nicht, dass mir da noch jemand was unterstellen möchte, denn man ist ja mit Kritik immer schnell dabei. Man hört doch hin und wieder so Sachen wie Warum ist die Bildqualität so schlecht? Warum macht ihr nicht mehr aus euren Videos? Ja, weil wir nichts verdienen hier. Also ich frage ja immer andere YouTuber, was sie so verdienen und werde dann immer ganz neidisch, weil ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist bei mir nichts. Soll ich dir was sagen? Ich würde total gerne, ich sage das mal hier, ich würde total gerne einfach nur das hier machen. Ich finde es total spannend und lustig und das ist für mich was Neumediales und es wäre mir sehr recht, wenn ich einfach mal, keine Ahnung, im Jahr die 200k auf dem Konto habe, dann würde ich das durchgehend machen. Die Menschen würden Dinge erfahren und hätten einen Spaß mit mir. Wahnsinn. Sie bräuchten die ganzen blöden Nachrichten nicht mehr gucken. Sie bräuchten das alles nicht mehr. Sie könnten bei dir in die Morningshow reingehen, in mein neues Projekt und gleichzeitig mich und ich würde sie wirklich unterhalten. Das mache ich ja schon mein Leben lang. Und du würdest nicht nur Hamburg 1 zum Frühstück animieren sozusagen, sondern würdest wahrscheinlich deutschlandweit Frühstücksfernsehen an den Start bringen. Also mit 200k? Ja, bei dir. Also mit dir zusammen. Das haben wir heute Morgen schon gemacht. Das machen wir auch zwischendurch jetzt immer weiter, so wie es so passt. Und das mache ich gerne. Also ich mache gerne Menschen glücklich und Freude und so. Es kommt nicht bei allen gut an, haben wir festgestellt. Es gibt auch Kommentare von Leuten, die sagen, immer dieses grünen Bashing oder immer dies oder jenes oder was weiß ich. Also 100% kannst du nie glücklich machen. Ich glaube, das war schon zu Peter-Franken-Feld-Zeiten so. 100% hast du nie erreicht. Aber damals hatte man keine sozialen Medien und konnte seine unbedeutende Meinung nicht immer rausrotzen, wenn man wollte, sondern musste eventuell das Telefon zu hart nehmen, in der Redaktion des ZDFs beim Zuschauerservice anrufen oder noch einen Brief schreiben. Stell dir mal vor, man müsste heute noch Briefe schreiben, um uns zu kritisieren. Der Postbote... Stell dir mal vor, und da ist es doch, muss man sagen, und da ist es natürlich viel geiler, in einem Reaction-Video einfach jemand anders auf die Fresse hauen. Das ist ja einfacher als wenn man da jetzt anrufen müsste oder stell dir mal vor, du müsstest jetzt Briefe schreiben mit oder eine Postkarte in den Kasten, also schreiben, in den Kasten werfen, abwarten, kommt es überhaupt an. Das ist heute so einfach, da kann man im Nebensatz was wegbügeln einfach. Und so viel Platz ist auf einer Postkarte ja auch gar nicht mehr. Das heißt, man hätte sich gut überlegen müssen, was man überhaupt drauf schreibt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und, und, jetzt kommt es noch, und das Schlimmste ist, ich meine, das wissen die wenigsten, aber tatsächlich ist natürlich bei YouTube und Co. überhaupt im Netz, die Sachen bleiben ähnlich wie auf der Postkarte, ja, aber sie sind schwerer zu finden. Bei der Postkarte kannst du immer wieder hochhalten und kannst sagen zum Beispiel, guck mal, was hast du denn hier geschrieben? Du hast hier geschrieben, das ist so ein Wort wie Gaslightning, was heißt das eigentlich? Und dann, dann sagt jemand, das steht aber im falschen Zusammenhang und, und so. Und das ist aber, da denkt man, wenn man es im Netz einfach so raushaut, dann fällt das nicht auf. Aber, aber, wenn man hier ehemalige Journalisten... Ich kenne das Wort, guess was? Also hat das was mit Gaslightning? Und Schröder oder irgendwas zu tun? Oder ich, sag mal, ich hab das noch... Ich muss ja, es gibt ja jeden Tag neue Worte. Cringe und nice und, und, und wie diese ganzen Worte alle heißen irgendwie. Und, äh, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich würde, also ich hab, ich hab mich, pass auf, ich hab mich vorbereitet. Ich hab hier ein umfangreiches Werk dabei. Ich werd das gleich rezitieren. Ich wusste das alles schon, hab ich wusste die richtigen Worte nicht. Und ich möchte natürlich meiner journalistischen Pflicht, denn auch ich bin Hilfsjournalist, genau wie du, ähm, möchte ich gerne natürlich auch im Sinne der Community. Und das muss ich hier ganz ernsthaft sagen. Ich mach das nur, liebe Leute, ich mach's nicht mal für Frank. Ich mach's nur für euch in Liebe, damit ihr in Zukunft wisst, wenn jemand ankommt und haut euch irgendein Wort um die Ohren, was gerade so hip und in und wichtig ist und so, dass ihr wenigstens wisst, was das heißt. Man kommt ja sonst gar nicht mehr hinterher. Also, machen wir sozusagen eine Sendung mit der Maus extra. Thema heute, was ist Gaslightning? Lighting? Lighting? Ich weiß nicht, wie wir... Genau, ganz kurz, ich will nur erwähnen, wo's herkommt. Also, es gibt jemand, der gesagt hat, dass andere YouTuber, wir waren damit jetzt blöderweise gemeint, dass wir kein Verhalten an den Tag legen und dass wir einseitig sind und dass wir nur Sachen für uns und nur abgreifen und niemals was teilen und... Themenklau, ne? Und so. Themenklau. Bitte? Themenklau. Ja, genau, ja. Themenklau, genau. Und dass wir geben und nehmen, kennen wir nicht und da zeigt sich ganz klar, zeichnet sich und da wurden wir tatsächlich, da wurde ich, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen angegriffen gewesen, weil da hat er gesagt, das ist ganz klar übelstes Schmorotzertum. Aber, ja, aber Boris, darf ich erwähnen, ich bin ja auch Einzelkind, also geben kenne ich an sich nicht, ich habe als Kind immer nur genommen, ich bin Einzelkind, wie soll ich das jemals gelernt haben, zu geben, also... Ich mache mal kurz, ich mache mal kurz den Mike, ne? Ich hatte eine kleine Schwester, sie bekam immer den braunen Bär und ich bekam nicht mal das Nogger Schick. Nein. Ja, so ist es. Aber du willst jetzt, ich frage jetzt nur mal nach für einen Freund, aber wenn du sagst brauner Bär, du möchtest dann nicht metaphermäßig wieder irgendwas sagen? Nein. Okay, alles klar. Meine Schwester hat für 50 Pfennig einen braunen Bären bekommen und ich wollte keinen braunen Bären, ich wollte gerne einen Nogger haben, ja, und zwar gab es damals nicht mehr den Schokoladenkern, ich wollte einfach nur einen Nogger haben oder einen Miami. Und es gab, Nogger gab es sogar in zwei verschiedenen Versionen, einmal den normalen und den Nogger Choc. Der Nogger Choc hatte noch die Schokolade mittendrin noch. Aber den gab es nur zu deiner Zeit, zu meiner Zeit gab es sowas keines nicht, weil dafür gab es zu meiner Zeit das Miami, das war ein Kirschkern, Vanilleeis mit Zartbitterschokolade drumherum. Verstehe. Zu meinen Zeiten gab es noch Ed von Schleck, Fluttfinger und Co., aber ja, egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema? Genau, also das Ding ist das, der Kollege hat dann auch noch gleich gesagt, dass er mit uns nichts zu tun haben will und auch nicht in Verbindung gebracht werden, wo ich auch sage, warum, wie soll er, wer bringt ihn mit uns in Verbindung? Egal, und das sieht übrigens nicht nur er so, sondern auch eine Freundin von ihm, die ich jetzt namentlich hier nicht nenne, weil ich finde ja eigentlich, und ich habe sogar schon Kritik dafür bekommen, ich finde ja eigentlich ganz toll, ich habe mich mit der NET auch kritisch ausgetauscht und es sei so, wir könnten nicht mit Kritik umgehen und das ist genau, das könnte genau diese Freundin, diesem YouTuber, dem Einzelnen, könnte sie ihm erklären, dass ich sehr wohl, sehr gut mit Kritik umgehen kann und du auch, denn wir haben beide uns mehrfach zu einem etwas bekannt, wo wir tatsächlich gesagt hätten, wir hätten mehr kritischer sein müssen, haben wir sogar gerade gestern wieder gesagt, insofern, hm, das ist das, aber dann kommt der entscheidende Satz, dieser kleinen Ansprache, die übrigens mit dem Video nichts zu tun hat, mit dem Thema nichts zu tun hat, und die einfach nur so ist, dass es in ihm kribbelt, kribbelt, kribbelt und er muss unbedingt auf die Fresse hauen, weil, und jetzt das Spannende, ich habe so ungefähr 140, ich will jetzt nicht lügen, aber seit wir das gemacht haben und mit den beiden gesprochen haben, habe ich 140 Mails bekommen, wo mir Menschen was erzählen, was der Typ alles gemacht hat, also falsche Berufsbezeichnung, das hat nicht funktioniert, da hat er irgendwie Geschichten erzählt über sein Privatleben, altersmäßig, hat einen riesen Stress. Steht da drin, wie alt er ist? Also ich würde ja jetzt schätzungsmäßig, Ende 40 oder? Nein, 26. Ja, echt jetzt? Ja, verstehe, Entschuldigung, aber dann eventuell macht das Rauchen, macht vielleicht alte Haut, das weiß ich nicht, 26. Verstehe, ewige 26, so Julian-FM-Stöckel-mäßige 26, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, in der heutigen Welt zählt, was du fühlst und nicht das, was stimmt. Das kannst du schon an dieser XY-Chromosom-Geschichte sehen. Wenn du dich, sag mal so, als Tisch fühlst oder als Schublade oder mal gerne ein Baum sein willst, ist alles kein Problem. Seit heute kannst du dich auch anmelden, wenn ich das richtig verstanden habe, als Frau, wenn du auch ein Mann bist, dann bist du eben eine Frau mit Penis und das Irre ist das, ich habe heute übrigens bei der Gelegenheit, bevor ich dann anfange, dieses aufzuklären, habe ich heute erfahren, das ist kein Witz, bei Gynäkologen sind Männer, die sich als Frauen fühlen und lassen sich die Gebärmutter untersuchen und sie werden nicht abgewiesen, auch wenn sie keine Gebärmutter haben, um ihnen kein schlechtes Gefühl zu machen. Das klingt so abdurchgescheppert wie aus einem Monty-Pyden-Film. Ist es nicht. Es ist wahr. Das ist die neue Welt. Jeder darf jedes Geschlecht haben, nur mit der Heizung. Da wird der Staat bestimmen, was du zu tun hast. Also ich hätte nächste Woche Donnerstag noch einen Termin frei. Soll ich mir beim Gynäkologen einfach mal einen Termin holen? Ja. Film das. Damit gehst du durch die Decke. Gehst du YouTube-mäßig durch die Decke. Mitversteckter Kamera. Mitversteckter. Investigativ. Als Journalist. Investigativer Journalist. Ja. Es ist irre, aber was ich noch sagen wollte, also auf jeden Fall ist es so, dass wir nicht mit Kritik umgehen können. Und das würde auch diese freundliche Familie äußerst, also auch wegen ihrem Handwerk, bewunderte YouTuberin würde das bestätigen. Glaube ich nicht. Und dass wir aber übelstes Gaslightning betreiben. Aber was ist denn das? Ich erkläre es dir. Also ich weiß jetzt, was das ist, aber ich habe, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, habe ich mich hier richtig vorbereitet. Ich habe das Gefühl, das dauert länger. Das kann schon sein, aber ich gebe mir Mühe, dass es schnell geht. Also, Gaslightning. Kennst du Menschen, in deren Nähe du dich selber mundtot abgewiesen und beim bloßen Gedanken an ihnen deine Gefühle und Sorgen zu teilen schuldig fühlst? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dich Gaslighting hoch. Gaslighting ist ein Begriff, der immer häufiger erkannt und adressiert wird. Doch was Gaslighting nun ganz genau ist und wie du mit Hilfe von zehn Warnzeichen potenziellen Gaslightnern und Gaslightnerinnen, denn hier wird gegendert, das finde ich toll. Wie albern ist das denn? Gut. Aus dem Weg gehen kannst, erfährst du in diesem Artikel. Oh Gott. Also fangen wir an mit dem wichtigsten Thema. Gaslighting ist ein Phänomen, bei dem man jemanden mit psychologischen Mitteln und Taktiken dazu bringt, an der eigenen geistigen Gesundheit zu zweifeln. Also wir, der Vorwurf an uns ist, wir betreiben Gaslighting, also wir sind dabei, Menschen mit psychologischen, mit psychologischen Mitteln und Taktiken dazu bringen, an ihrer Gesundheit zu zweifeln. Mit psychologischen Mitteln müsste ich dann aber nicht psychologischen Hintergrund haben? Also es wird noch besser. Okay. Es ist daher eine Form der psychologischen Manipulation, bei der der Täter oder die Täterin versucht, Selbstzweifel und Verwirrung im Kopf des Opfers zu sehen. Typischerweise versuchen Gaslightner und Gaslightnerinnen, Macht und Kontrolle über die andere Person zu erlangen, indem sie die Realität verzerren und sie zwingen, ihr eigenes Urteilsvermögen und Intuition infrage zu stellen. Das ist das, was man uns, ich sag's dir nur noch mal, das wirft man nicht Mike Zies vor oder so, sondern uns. Uns wird vorgeworfen, dass wir auf die übelste Art und Weise Gaslighting betreiben. Okay. So. Täter und Täterinnen fühlen sich durch Gaslighting mächtig und in Kontrolle. Eine Person, die Gaslighting betreibt, hat wahrscheinlich nicht die Kapazität oder eigene Emotionen nachzudenken oder Selbstreflexion zu üben. Sie könnte sogar ein niedriges Selbstwertgefühl besitzen, also wir beide, immer noch, ich muss immer wieder sagen, weil ich es gar nicht glauben kann, Selbstwertgefühl besitzen, mit dem sie sich auseinandersetzen möchten, da es ihnen äußerst unangenehm ist. In manchen Fällen diagnostizieren Psychologen, Gaslightner oder Gaslighterin auch gleich Narzissmus, nämlich Menschen, die keine Reue für ihr Handeln und keine Empathie gegenüber Mitmenschen empfinden. Gaslighting kann von Seiten des Täters oder der Täterin bewusst und unbewusst passieren, lässt sich jedoch unter keinen Umständen rechtfertigen. Einige Menschen verlassen sich auf Gaslighting als Taktik, um die Kontrolle zu einer Beziehung zu erhalten und registrieren den Schaden nicht, den sie bei dem Partner oder den Partnerinnen anrichten. Wiederum, andere betreiben Gaslighting schon lange, dass es bereits ganz natürlich ist. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die beiden Gaslightner und Gaslighterinnen mit Intention handeln. Sie wissen genau, was sie tun, wie sie am zielorientiertesten das tun und was ihr Handeln bei ihrem Opfer auslöst. Das ist das, was man uns vorwürft in allerübelster Form. Jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, bevor ich jetzt zu den zehn Anzeichen komme, die sind noch spannender, was in Gottes Namen geht in einem Kopf von einem Menschen vor, der uns beiden, und da kann man alles bei YouTube, das ist ja alles noch da, denn wir löschen ja nicht und wir müssen auch keine Clips irgendwie schneiden oder so, müssen wir alles gar nicht machen, sondern wir stellen die Sachen on air und auch meine Sachen, man kann bei mir 15 Jahre Facebook-Filme, 7.000, 8.000, ich weiß nicht, wie viele Filme angucken, du wirst nichts finden, nichts, wo ich jemals irgendwie probiert habe, irgendjemanden zu manipulieren. Ich sage meine Meinung, ist ja keine Manipulation. Ja, aber ich sage mal so, es gibt ja manchmal Videos, wo man sagen kann, das sind eventuell, das sind, wie soll man sagen, da gelangt man ganz schnell in eine, in eine haarige Situation, da muss man manchmal die Schere ansetzen. Also. Ja. Entschuldigung. Das ist nur das, jetzt stell dir vor, also der Kollege, ja, und es ist toll, dass ich immer Kollege sage, der Kollege, der wirft uns beiden vor, dass wir ihn, ihn in übelster Art und Weise gäsleitern würden. Das heißt, er ist ja das Opfer und jetzt kommt's und jetzt geben wir mal ganz kurz die zehn wichtigsten Anzeichen für Gästleitling, nur sage ich jetzt mal in so einer Übersicht. Also Nummer eins, Gästleitling, also wir fangen an mit Gästleitling erkennen, also eins, sie erzählen verholene Lügen. Also wir erzählen verholene Lügen. Dir wird gesagt, du oder die anderen sind verrückt und dir wird versichert, dass alle anderen lügen. haben wir nicht gemacht. 2 zu 0, also deutlich für uns. Jetzt, sie leugnen, also die Gästleitler, sie leugnen, gelogen zu haben, obwohl du Beweise dafür hast. Jetzt möchte ich wissen, wo jemand Beweise hat, dass wir gelogen haben. Es werden Dinge, die dir wichtig sind, als Waffe gegen dich eingesetzt. Sie zermürden dich über einen längeren Zeitraum. Wir sind bei YouTube ganz kurz. Du bist schon lange hier und machst ganz andere Sachen, aber zwischendurch in dieser Szenerie, das ist der höchste Teil. 4 Wochen, 4 Wochen, also gar nicht existent. Also sie geben dir zwischendurch positive Affirmationen, um dich zu verwirren. Habe ich nicht gemacht. Ich habe über Yvonne was Positives gesagt, sehr viel Positives, sogar weil ich das wirklich so meine. Entschuldigung. Einen Kollegen habe ich freundlich erwähnt. Entschuldigung, ich bin ja auch blond. Was sind Affirmationen? Das sind also Signale. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung für meine Blödheit. Verstehe ich. Und ihre Taten decken sich nicht mit ihren Worten. Dann, sie wissen, dass Verwirrung Menschen schwächt. Und ihre eigenen Probleme werden sie auf dich projizieren. Ich sage mal so, sie versuchen, andere gehen nicht aufzuhetzen. Ich sage mal so, hier sind 10 Punkte. Diese 10 Punkte haben wir alle nicht erfüllt. Es steht bereits 10 zu 0 für uns. Ach so, ich war nämlich schon überlegen, ob wir uns bei diesem YouTuber ansonsten, weil wir ja gerade so im Entschuldigungsmodus sind, übrigens, das weißt du noch gar nicht. Ich habe heute Morgen übrigens, als du schon nicht mehr dabei warst, und ich ja dann heute Morgen ein paar Videos reactet habe, natürlich nicht von diesem YouTuber, weil von dem, glaube ich, wurde mir untersagt, nochmal jemals wieder was zu reacten. Also werde ich mich natürlich als guter, braver YouTuber daran halten. Habe heute Morgen das Video von Tana mir kurz angeschaut und habe mich danach nochmal entschuldigt. Also habe nochmal gesagt, wenn du dich verletzt gefühlt hast, in irgendeinem der Sätze, die wir gesagt haben, weil du unter anderem so Proll gesagt hast und sowas, habe ich auch in deinem Namen, ich hoffe, das war richtig, auch in deinem Namen habe ich mich nochmal offiziell entschuldigt, habe darauf übrigens bis jetzt noch keine Reaktion zurückbekommen, also ob man diese Entschuldigung annimmt, und habe gesagt, das war nicht unser Ziel und wenn da was rausgerutscht ist, dann ist es rausgerutscht, dann entschuldige ich mich sehr, sehr, sehr gerne und wie Boris immer sehr gerne sagt, reinen Herzens dafür. Ja. Und was das andere Thema angeht, da muss man mal sagen, also erstens, wir beide und ich schon gar nicht, haben gar nicht irgendwann jemals irgendjemand gegessleidnet. Zweitens, alle Punkte, die ich eben gerade vorgelesen habe, treffen nicht zu. Das heißt, man muss dann schon kritisch sagen, ohne jetzt den anderen verwirren zu wollen, damit er nicht jetzt sich gegessleidnet fühlt, muss man sagen, ich glaube, er benutzt ein Wort, was er gar nicht kennt, was damit zu tun haben kann, dass unter Umständen in der einen oder anderen Fachrichtung an der Universität der Abschluss fehlt. Das weiß ich nicht, weil es sind ja nur, was andere Menschen erzählen. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ich hätte ja gar nichts gesagt. Ich hätte auch die ganzen anderen Sachen gar nicht erwähnt, die da waren. Dieser ganze Zoff. Kennst du diese ganzen Zoff-Geschichten, die unter diesen Leuten sind? Das ist total irre. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich wollte nur sagen, also wir haben nicht gewusst, nicht gewusst, wann man wie wo reakten darf und wer wann wie wo irgendwas machen soll, kann, darf, bla bla bla. Haben wir alles nicht. Da muss man sagen, du bist ja 17 Jahre älter als ich. Also theoretisch hättest du mehr wissen können als ich. Also aus der Szene. Du bist ja in der Szene schon viel länger als ich. 17 Jahre im Zweifel. Also auch du hast nichts gewusst. Und vor allen Dingen ist es so, ich kann ja nicht zu dir sagen, du hast Fima-Gurkose, wenn du keine Fima-Gurkose hast. Das ist wieder diese Fremdworte. Ist das eine Vorhautverengung? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir das Wort eben ausgedacht. Aber eine Vorhautverengung ist doch irgendwas mit Fimo. Ist doch irgendwas, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Vorhautverengung. Soll ich das jetzt? Muss ich? Was ich so sagen möchte, ist folgendes. Es ist so. Wenn man ein Wort verwendet, besonders in der heutigen Zeit übrigens und besonders in Medien, die ja auch nachhaltig sind, dann sollte man dieses Wort vorher prüfen. Und dann sollte man genau gucken, ob das, was man jemand anders vorwirft, ob das in irgendeiner Form, in irgendeiner Form wenigstens den Hauch einer Realität hat. Denn wir haben uns mit der Person, die sich da gegessleidnet fühlt angeblich und sagt auch noch in übelster Art und Weise, also wir hätten ihn ja in übelster Art und Weise gegessleidnet, kann man in seinem Video sehen, in den ersten drei Minuten. Und wenn das so ist, da muss man doch mal überlegen, ob einer von den Punkten, die das, womit man das identifiziert, dass die wenigstens ein Punkt hinfällt. Aber keiner, wir haben mit, ich glaube, ich habe nur einmal gesagt, dass wir ein tolles Gespräch mit denen hatten und das war es. Ich habe ansonsten gar nichts gesagt. Ich habe nochmal irgendwo gesagt, in der Presse. gerade neulich erzählt, was für eine gute Arbeit die Leistung, wie spannend das ist und was für ein gespannendes Geschäftsführer das ist. Jetzt weiß ich auch, warum die alle dich immer so toll finden und nicht mich. Aber am Ende, darf ich mal ganz kurz was sagen? Also zum einen, und das kennst du aus der Branche besser als ich, denn du bist ja hier, take that, befreundet, simple minds, du kennst sie alle, warst mit Michael Jackson auf du und du mit Elton John. So. Und dann darfst du uns das gerne mal bestätigen oder auch nicht. In der Branche, man muss ja auch nicht jeden toll finden und man muss auch nicht mit jedem befreundet sein und man darf sogar andere auch scheiße finden, aber dann darf man sich einfach ignorieren. Weißt du, was man nicht machen sollte? Was vielleicht Gaslightning ist, wenn man seiner Community probiert einzureden, dass Menschen scheiße sind und was getan haben, was sie gar nicht getan haben. Denn das ist einer von diesen Punkten, kann es vielleicht sein, dass da ein hochmotivierter, ein bisschen leicht streit, ich will nicht sagen lustig, streitaktiver YouTuber, der das in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat, dass der vielleicht über das Ziel hinausgeschossen ist und seine eigenen, das eigene, was er tut, auf andere projiziert. Das wäre Gaslightning übrigens, einer der Punkte, die ich gerade vorgelesen habe, könnte das eventuell mal weiter. Ich will mich da nicht einmischen, aber das Blöde ist das, dass ich lesen und nachdenken kann und das ist mir immer wieder, ist mir das im Weg in dieser leichtfüßigen Gesellschaft, wo so schnell jemand Worte aus seinem kleinen, flotten Mund raushaut. Ansonsten fände ich es ja mal spannend, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, vielleicht magst du mir mal so ein paar dieser 140 E-Mails zeigen, die da so gekommen sind. Mich würde erinnern. Pass auf, ich kann, was ich mache, wir können eine Sondersendung machen, dann zeige ich die alle onscreen. Ernsthaft jetzt? Nein. Ist das Gaslightning? Pass auf, was dann passiert ist, sage ich dir. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, man tut das nicht, weil ich weiß weder, wer die Menschen sind, also ich weiß, da stehen ein Name dahinter und die haben sich auch keine, ich habe dir auch das eine weitergeleitet, da hast du ja sogar die einen oder anderen Kontakt hergefunden und sowas alles. Und wir haben auch die, die auf dem Zettel und sowas alles. Also es gibt da, es gibt da, ja, ja. Und das ist nicht idealer worden. Nein, und ich habe dir das heute Morgen weitergeleitet, das wird spannend. Ich sage es dir, da ist noch Potenzial, die sollten wir einladen dringend. Auf jeden Fall, so oder so, ich habe ganz viele, nein, das sind ja Menschen, die schreiben dir dann auf die Schnelle und sagen dann, ja, weißt du überhaupt, wer das ist und du hast da gerade den Typen gelobt oder du hast da gerade die Yvonne gelobt und wie kann das denn sein, dass du sowas machst und denk doch mal, die haben das gemacht und das, weißt du, wenn ich das, also, wenn ich da jetzt, wenn ich das in irgendeiner Form ernst nehmen würde oder würde mich damit beschäftigen wollen oder würde unbedingt irgendwas erreichen wollen oder würde Recht haben wollen, weil ich ja keine Kritik gab kann und so, dann würde ich diese Mails nehmen und würde sie vorlesen und würde immer dazu sagen, das schreiben andere Leute, da kann ich nichts dafür, da weiß ich gar nichts, aber ich würde es ja trotzdem reinsetzen und ich finde es halt unglaublich peinlich und ich finde es auch sehr, 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 sehr doof und daneben, wenn jemand etwas über jemand anders sagt, das zu veröffentlichen, das macht man einfach nicht und ich habe da genug Anstand und Benehmen, deswegen mache ich das nicht. Ist Ihnen da trotzdem interessante Sachen drin? Wenn sie stimmen, ja. Okay. Also es geht ja immer, ich kann ja sagen, es sind immer die gleichen Themen. Das sind dramatische Beziehungsthemen, das sind Drogenthemen. Was? Ja, ja, Alkohol, Drogen, das sind Themen mit irgendwelchen Abschlüssen, mit Themen, wo jemand angeblich, weil wenn jemand sagt, am 18. Mai war das, glaube ich, am 18. Mai letzten Jahres, hätte derjenige etwas getan und gesagt, was also nachgewiesend gelogen war und hin und her, ja, dann sage ich doch, jetzt müsste ich ja dann zurückgehen und müsste ja recherchieren und richtig scheiße machen. Nein, ich interessiere mich ja gar nicht. Du bist ja kein Journalist und du willst auch nicht Gaslighting betreiben. Nee, es ist kein Gaslighting. Recherche ist kein Gaslighting. Gaslighting ist, ich darf nochmal ganz kurz daran erinnern, dass wir da nicht entleiden sozusagen. Also ich will nochmal das psychologische Handeln. Verhohlen Lügen erzählen. Man probiert anderen Leuten einzureden, dass sie verrückt sind. Dinge, die einem wichtig sind, werden als Waffe gegen einen eingesetzt. Man leugnet gelogen zu haben, obwohl man Beweise hat. Sie zermürben einen über einen längeren Zeitraum. Sie geben dir zwischendurch positive Signale, um dich damit total zu verwirren, weil sie sonst ja böse sind. Ihre Taten decken sich nicht mit ihren Wurzeln. Sie wissen, dass Verwirrung Menschen schwächt. Ihre eigenen Probleme werden auf andere projiziert und sie versuchen, andere gegen dich aufzuhetzen. Alles das habe ich nicht getan. Aber wenn jemand in seinem Chat, mit seiner Community sagt, dass wir böse Menschen sind, probiert er andere Leute gegen uns aufzuhetzen. Eieieiei. Ich weiß. Aber wie gesagt, ich möchte das gerne am Ende nochmal sagen. Ich muss nicht von jedem geliebt werden. Bei dir ist es anders. Du hast ja ein Ego-Problem. Ich konnte hier YY nicht in deiner Apple Music Media Tech finden. Was? Du kannst mich bitten, einen Radiosender zu spielen oder Musik von einer anderen App wiederzuzahlen. zu geben. Siri, habe ich Siri gesagt? Ich könnte jetzt mit Alexa noch kommunizieren. Nein. Also ich wollte nochmal sagen, ich muss nicht von jedem, jeder oder was auch immer geliebt werden. Ich mache einfach meine kleinen süßen Videos und wer sie gucken will, guckt sie an und wer nicht, der nicht. Ich möchte wirklich nicht. Und das möchte ich hier von Anfang an, das war in meinem Job auch immer so, da haben die Leute manchmal das ganz scheiße gefunden, dass ich in so einer Position war, in der ich war und dann wissen sie alles besser und dann wollen sie dir erzählen, wie es funktioniert und alles das. Welche Leute gibt es? Ja, das gibt es. Besonders in der Medienbranche. Und dann habe ich immer gesagt, weißt du was, nehme dich in Acht. Sei einfach vorsichtig, benehm dich anständig. Wenn du was vorzuwerfen hast, wenn ich was gemacht habe, sag es mir, dann reden wir darüber. Wenn du eine bessere Idee hast, sag es mir, reden wir darüber. Finde ich super. Gibt es Belohnungen direkt und alles das. Aber komm nicht auf den schmalen Pfad, dass du hinter meinem Rücken irgendwelche Leute gegen mich mobilisieren kannst, weil wenn ich das rauskriegen sollte und die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ hoch, dass das rauskommt, dann fliegst du raus und dann fliegen auch alle anderen Leute raus, die sich daran beteiligt haben. Weil da bin ich echt gnadenlos. Wer nicht selber recherchiert, wer über andere Leute anderes behauptet, ohne es zu wissen, ob es stimmt, der ist bei mir raus. Und deswegen spreche ich auch mit allen und habe auch keine Hemmung, mit anderen zu sprechen, weil ich glaube einfach, man muss sich alles anhören. Und jawohl, wenn wir beschließen, wer ist wir, wenn wir beschließen, dass jemand nicht mehr stattfinden darf, dann habe ich halt auch manchmal keine Hemmung zu sagen, ich will es trotzdem wissen. Ja. Auf die Frage übrigens, auf die Frage, wen würdest du am liebsten mal treffen? Von Menschen, die tot sind und so. Oh, jetzt habe ich Angst. Ja, kann ich dir sagen. Ist das der, der im Laufe dieser Woche noch Geburtstag gehabt hätte? Ich weiß nicht, wer in dem Laufe dieser Woche Geburtstag gehabt hätte, aber eins kann ich dir sagen, es sind alles Menschen, die in der Hölle sind. Dann zählt er auch dazu. Mhm. Okay. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es nicht durchaus extrem spannende Gespräche sein könnten. Also mit den Menschen, wenn man sie führen würde, diese Gespräche. Ja, das meine ich ja. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, es geht nicht darum, weil ich sie toll finden würde, weil ich mit ihnen ein Selfie machen will. Es geht darum, ich würde gerne mit großen Helden der Geschichte, negativen wie positiven, einfach sprechen und von denen lernen, warum sie was gemacht haben. Und ich würde sie gerne fragen, warum sie die Fehler gemacht haben, die sie gemacht haben, die dazu geführt haben, dass sie in der Hölle sind. Wie sie so weit gekommen sind und warum sie zu so schlimmen, schlechten Menschen geworden sind, dass sie leider in der Hölle landen mussten. Oder eben alternativ keine 72 Jungfrauen bekommen haben. Je nachdem, an was man glaubt. Ich nehme auf jeden Fall aus dem Sicht, ganz kurz, oh wow, wie ist denn das, wenn du an diese 72 Jungfrauengeschichte glaubst, in der heutigen Zeit? Da weißt du ja gar nicht mehr, ob das Jungfrau so ist. Das können ja welche sein, Männer, die sich fühlen, wie Jungfrauen. Eieieiei, jetzt holst du dir gerade uns... Nudel in der Hand. Dir ist schon klar, dass du uns den nächsten Shitstorm jetzt hierher holst. Das ist ja unglaublich. Also, ob ich das nicht gleich noch schneiden muss in dem Video oder piepen oder was auch immer oder du auch noch einen schlechten Ton bekommst. Stell dir mal vor, jemand ist hier in Deutschland und macht einen Pump, drückt auf den Knopf und sowas, alles in der Hoffnung, er trifft 72 Jungfrauen. Dann stehen da lauter, lauter bärtige Gestalten, die alle Nudeln dran haben. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen an dieser Stelle sagen, wir sehen uns morgen früh wieder, zur guten Buddy, der besten Morningshow hier im Netz. Viel besser als die von Hamburg 1. Allerdings wird bei Hamburg 1 auch niemand ge-gaslighted. Zumindest habe ich noch nie davon gehört, dass sich da Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen beschwert haben. Ich müsste sonst mit Marco in einer stillen Sekunde mal sprechen, ob er sich schon mal von dir ge-gaslighted gefühlt hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber das werde ich bei Gelegenheit mal nachfragen. Wir sehen uns morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder, also auf dem Weg deiner Arbeit. Und ansonsten haben wir morgen auch noch ein Date, denn wir müssen über Big Brother sprechen. Interessiert zwar keinen mehr so richtig, heute Abend ist aber wieder Live-Show. Es wird deshalb spannend, weil eventuell gesagt wird, warum die gute Angela aus dem Haus geschmissen wurde. Ob sie sich also sprich, irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, was vielleicht auch schwerwiegend ist. Ja. Oder ob Big Brother sich einfach nur auf seinem Ego-Schlips getreten gefühlt hat, weil sie einen Mittelfinger gezeigt hat. Das alles werden wir erfahren, besprechen morgen bei uns. Boris, mach dir einen schönen Nachmittag und lass einfach mal dieses YouTube aus und das ist alles gar nicht so wichtig. Es gibt auch ein echtes Leben. Und ich sage mal so, liebe Zuschauer, schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt, Boris recherchiert. Brandgefährlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.